Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Kingdom Hearts Final Weeks zusammen mit Apfel. Hallo. Wir machen das Ganze jetzt nochmal, weil das Spiel sich schon wieder... ...nehmen wir es beendet hat. Wir waren wieder im Delirium zwischen Allerdins Wohnung und Agrabah gefangen. Ja, ich fühle mich ja noch ein bisschen herzlose, um... ...was kann ich mir sagen, ein bisschen leveln zu können. Und jetzt wissen wir wenigstens schon, wo wir hinmüssten und eilen und irren nicht wieder eine Viertelstunde durch die Stadt. So, erstmal in Allerdins Wohnung. Piss dich. Nein. Wenn der schon nach unten springen will und es selbst mal begeht, dann soll er das allein. Nein. Zack, zack, zack. Aller nur noch ein Jumpman, Alter. ZACK. Du warst zu spät zum Hallen. Arschloch. Zaffa ist also hinter Jasmin und dem Schlüsselloch her. Jasmin. Jasmin. Schlüsselloch? Ich könnte schwören, davon schon mal gehört zu haben. Hm, wo war das noch? Es ist nur 200 Jahre her. Wie dem auch sei, wir müssen Jafar aufhalten, bevor es zu spät ist. Speicher. Und? Gruppe Goofy Allerdin. Und? Ability Goofy Goofy-Trombe. So, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand. Und das kannst du auch haben, Donald. Können Sie nichts leisten. Perfekt. Woo! So, nur tote Herzlose sind gute Herzlose. Oh nein, wir haben schon wieder einen Fett gespawnt. Oh. Ich finde schön, dass der zwar Feuer spuckt, aber noch nie jemanden getroffen hat, du weißt. So schön, Jungs. Ich höre euch da unten nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Und die Tür haben wir eine vierte Stunde gesucht. Oh, da ist er drüber gejumpt. Wo sind die Dreckspilze von vorhin? Oh nein, wir sind nicht in Ruhe. Ihr seid keine Pilze, aber das ist halt... Scheiße. Kommen die bloß, weil alle DIN da waren. Ich schwöre über Gott. Wenn das jetzt so ein random Event gewesen ist, was nicht immer passiert, dann kotze ich aber im Strahl. Aber es schaut so aus! All die Loot, die wir vorhin gekriegt haben, kriegen wir jetzt nicht mehr. Cool. I guess wir hätten Goofy gar nicht mitnehmen müssen. Jetzt ist Goofy schon da. Scheiß drauf. Scheiß auf Aladin. Ja! Scheiß auf Aladin. Wenn uns der gute alte Goofy schon mal mit seiner Anwesenheit ehrt, dann müssen wir ihn auch mitnehmen. Palastplatz! Wir haben es geschafft! Wir sind beim Palast! Oh wow! Du... Setz dich deine Augen ein bisschen hoch. Bist du nicht, Junge? Nein, eigentlich nicht. Ist das deine Tochter? Entschuldigung! Du bist ungefähr 50, die ist vielleicht 16, Mann. Entschuldigung! Ja, ist das deine Tochter? Nein. Entschuldigung! Du Trotel, wie kann das nicht auffallen? Entschuldigung! 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 Das ist Stechi! Änderst du dich nicht! Ich bin hier! Achso! Ich hab gerade überlegt... Äh, Bro! Ich fühl mich hier sehr unwohl! Die sind meine Items hin! Au! Die kriegen wir gut, äh, technically... Die miaut doch! Hör- oder hör ich nur... Hör nur ich das. Warte. Oh. Da! Ach nee, das ist... Oh mein Gott, wa... Oh mein Gott, das ist, äh, Jasmine. Ach so! So, Mann, ich will jetzt mal Gravitas ausprobieren. Cool. Hat er viel gebraucht. Okay, Bro! Danke, Bro! Ich dachte, ich dachte, er miaut. Oh nein, wir haben sie mitgetötet! Er hat passiert. Ah, der, der, da kommt eine neue. Ich hab schon, ich hab schon wieder eine Tüte von mir hier irgendwo hingelegt und ich hab vergessen, wo. Oh! Oh nein! Oh! Okay. Okay, wir haben, wir haben Jasmine verloren. Passiert, ähm, gibt Schlimmeres. Ja, ich würd sagen, wir gehen in die Wüste. Ja. Haben wir noch nie irgendwas falsch gemacht. Also manchmal glaube ich, manchmal zweifle ich echt an mir. Hab die verdammte Tüte hingetan. Ja, Alzheimer. Schlimm, ne? Ja, richtig. Hä? Ich weiß es nicht. Egal. Ich will mir gerade was zu trinken nehmen. Aber dann halt nicht. Und halt für nächste Folge. Ich hab dann auch noch einen bösen Witz, den ich dir erzählen muss. Erzähl. Was ist, was ist der Unterschied zwischen Parkinson und Alzheimer? Was? Ist eh egal, weil es egal ist, ob du dein Bier verschüttest oder vergisst, wo du es hinstellst. Oh, schön. Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von dem Herzlosen kontrolliert. Zerschlage die Macht der Dunkelheit. Oh, Jünger, als hätten wir das nicht schon oft genug gemacht. Oh, Gott. Schön, dass mein Gott Goofy hat etwas Neues gelernt. Nein. Ja, Bro, wieso soll ich dich zerschlagen da oben? Magic. Verarschend, jetzt könnte ich Magie. Au. Geht weg von mir. Oh, Leute, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Hallo. Willst du vielleicht mal treffen? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Aber auf jeden Fall. Oh, Gott, Bro, wo kommst du hier? Ja. Okay. Wird nicht schon einfacher, der Kämpfer. Au, au. Bro, kannst du aufhören, dein Genick so zu bewegen? Das tut dir nicht gut, das tut mir nicht gut. Okay, warte. Okay. Okay. Die Herzlosen übernehmen überhand. Ich glaube, ich bin zu. Nein. Da war ich zu langsam im Spam. Ah. Wir haben halt auch nichts. Nichts. Uuuuuh. Äh, lol, woher kommen die Potions her? Jonah kriegt noch eine Mega Potion und... ...Guffi kriegt noch... ...zwei normale. Aber Goofi kann besser damit umgehen. Jetzt sind wir auch wieder komplett voll. Das war natürlich das Problem vorhin. Aber jetzt, da ich weiß, wie ich auf seinen Rücken komme, sollte das eigentlich ganz easy gehen. Ah, easy, easy. Bro, du machst es mir auch echt nicht einfach. Oh. Der hat angefangen zu schießen. Oh mein Gott. Äh. Danke, Goofi. Bro, was ist mit dir los? Oh mein Gott, seit wann liegt denn der da unten? Ich müsste doch einen Schlag ins Auge reichen. Oh, das Ding hat mir doch gar nicht genau angeschaut. Ist das ein Schwein, oder ist das? Ein Tiger. Tiger, Bro. Tiger, Bro, ja. Die wollen, sie sind doch nicht von einem Tiger, Mann. Auf jeden Fall heißt es Tigerrachen. Tigerrachen. Die wollen sie definitiv von einem Schwein, Alter. Der ist ja sicher. Darf ich jetzt bitte wieder zum Auge hoch? Sehr freundlich. man das fliegende und ich gehe mir alle auf die nerven auch schön ich bin oben geblieben alle anderen sind unten wieso darf ich da nicht mehr und bringe ich halt dich auch noch um darf ich da jetzt bitte wieder hoch oh mein gott ich habe jetzt erstmal alle gehealt könnt ihr euch bitte um die oh mein gott habe ich noch einen gewährleistet vielleicht bitte um die anderen kümmern danke jungs sind jetzt schon sehr gut warum nicht gleich so gut wir haben jetzt hier nichts zum speichern und zum healen rein drachen oh ja ganz gut aber jetzt geht die welt erst richtig los kommt der stein her oh 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 na die kästen ach das ist noch ein gegner so und jetzt aber Nein! Ich mach ein größeres Leeren, Mann! Ja! Oh mein Gott, was geht hier ab? Die sind schlimmer als die Bitches aus Kametro. Ne, 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 weil die geben dir keinen Herzinfarkt. Oh mein Gott! Ha! Jetzt soll ich hier hochkommen! Hopp! Ich weiß noch mal. Wo sind denn die Gegner noch? Könnt ihr die vielleicht töten? Ne, danke. Ne, danke. Ja, hat sich schon erledigt. Ne, guffi hat noch mal. Ja, komm. Du fiesen Glückspilz. Und wir können Combo machen! Yeah! Ja! Combo Plus! Ja! 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 Entschuldigung, hier ist ein Speicherpunkt! In welchem Welt bist du gelandet? Ja! 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 Tschüss!